Im vorherigen Video haben wir alle Haupteigenschaften der CMAX VSE Schaufelseparatoren kennengelernt. Das einfache Verstellen der Korngröße, die neuen FIT Sieb-Elemente und deren Vielseitigkeit. Jetzt wollen wir mal diese Schaufelseparatoren in Aktion sehen. Willkommen zu Folge 2. Wir befinden uns in einer Kiesgrube in der Nähe des Hauptsitzes von CMAX. Hier finden wir Kies und feuchte Erde. Außerdem gibt es eine Bauschuttdeponie mit Tonnen von Material, das ausgesiebt werden muss. Der perfekte Ort, um die VSE Schaufelseparatoren in Aktion zu sehen. Egal ob gemischte Böden für die Landschaftsgestaltung ausgesiebt oder Feinmaterial im Erdbau oder auf Baustellen verarbeitet werden müssen. Dank der Vielseitigkeit sind hier den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Ein VSE 40 ausgestattet mit dem exklusiven FIT Sieb-Elementen in der Recycling-Konfiguration wird hierfür Abbruchmaterial eingesetzt. Aufgabe ist es, recyceltes Material zu produzieren, das zum Beispiel zum Auffüllen in der Bauindustrie und im Straßenbau verwendet werden kann. Verwandeln Sie Ihren Bagger dank der CMAX VSE Schaufelseparatoren in ein modernes Siebsystem. Hohe Produktivität durch leistungsstarke Hydraulikmotoren und keine Stillstandszeiten dank Verstellung der Korngröße. Über den Joystick stellt der Bediener in der Kabine stufenlos zum Beispiel drei verschiedene Siebweiten ein. Dies ist besonders wichtig, wenn die Größe des Materials eine Rolle spielt. VSE 30 in der Mischkonfiguration. Diese Konfiguration verfügt über Scheiben bzw. Klingen, die bei der Zerkleinerung von gefrorenem, stückigem Material oder bei der Verarbeitung von Bioabfällen oder bei der Gewinnung von Mutterboden aus der Rekultivierung von gemischten und felsigen Böden helfen. Außerdem ist diese Konfiguration bei nassen, mit Steinen, Kies und Ton vermischten Böden sehr effektiv und zuverlässig. Auch hier ermöglichen die exklusiven Patente der VSE Schaufelseparatoren dem Bediener eine perfekte Bearbeitung des Bodens mit hoher Produktivität. Mission erfüllt. Nun haben wir Materialien in verschiedenen Größen, die sich ideal für den Wiederverkauf im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft oder in der Blumenzucht eignen. Sie können aber natürlich auch zum Auffüllen von Baugruben verwendet werden. Dank der einzigartigen Wellen, die aus Scheiben bzw. Klingen mit unterschiedlichen Durchmessern bestehen, die sich perfekt überschneiden und eine starke Verwirbelung des Materials bewirken, wird der nasse Boden mühelos gesiebt und bleibt nicht an den Schaufel-Elementen hängen, wie es bei herkömmlichen Systemen häufig der Fall ist. Das war's für heute. Das war's für heute.